Christina von Schweden, zweite Tochter des schwedischen Königs Gustav II., Adolf und seiner Gemahlin Maria Eleonora von Brandenburg, war von 1632 bis 1654 Königin von Schweden, Leben. Männliche Erziehung Christina war fünf Jahre alt, als ihr Vater 1632 in der Schlacht bei Lützen fiel und sie den Thron bestieg. Bis 1636 lebte sie bei ihrer Mutter Maria Eleonora von Brandenburg danach, weil diese als depressiv und verantwortungslos galt, bei ihrer Tante Katharina Waser und deren Mann Johann Casimir von Pfalz zwei Brücken. Mit deren Sohn Karl Gustav hatte sie in ihren Jugendjahren anscheinend eine kurze Liebschaft. Auf Wunsch des Vaters wurde sie wie ein Kronprinz ausgebildet und ab 1635 auf das Königsamt vorbereitet. Sie lernte reiten und jagen, legte wenig Wert auf ihr Äußeres und verbrachte die Nächte mit ihren Studien. 1644 übernahm sie als 18-Jährige die Regierungsgewalt, die Krönung wurde allerdings wegen des Torstenzongkrieges verschoben. Bis dahin hatte Reichskanzler Axel Ochsenstierner die Regentschaft geführt. Als Christina 1644 mündig wurde, nutzte sie die Unterstützung Johann Casimius von Pfalz zwei Brücken und seiner beiden Söhne Karl Gustav und Adolf Johann, mit denen sie aufgewachsen war, um sich von der Bevormundung durch Ochsenstierner zu befreien. 1647 ernannte sie Karl Gustav zum Generalissimus der schwedischen Truppen in Deutschland und signalisierte gleichzeitig ihre Absicht, ihn zu heiraten. Während ihrer Regierung wurde Jettland gewonnen, Königsberg jedoch erfolglos besetzt. Johann Axelzen Ochsenstierner und Johann Adler Salvius erwarben 1648 im Frieden von Osnabrück-Vorpommern Rügen und Bremen Pferden für Schweden. In ihrer Regierungszeit führte sie einen prunkvollen Hof, einen der aufwendigsten in Europa. Das machte zwar einen starken Eindruck auf ihre Zeitgenossen und erhöhte so ihre Reputation, bürdete Schweden allerdings auch hohe finanzielle Lasten auf. Um Abhilfe zu schaffen, ließ sie den Finanzspezialisten Johann Palmstruch nach Schweden kommen. Nachdem sie mit ihm schon ab 1647 korrespondiert hatte, ließ sie im Oktober 1649 René Descartes aus Holland kommen. Ab Dezember 1649 empfing sie ihn, der am liebsten bis Mittag im Bett lag, morgens um 5 Uhr zu Gesprächen. Descartes starb am 11. Februar 1650 im Haus des französischen Botschafters Pierre Chenout. Christina kaufte und baute Bibliotheken und unterhielt eine Münzen- und Gemäldesammlung. Ihre Kunstsammlung kam nicht nur auf konventionellem Wege zustande. So befahl oder genehmigte sie 1648 den Prager Kunstraub und erbeutete U.A. große Teile der Kunstsammlung Kaiser Rudolfs II., darunter über 760 Gemälde, 270 Statuen, 30.000 Münzen, 300 wissenschaftliche Instrumente und 600 Kristalle. Eines ihrer Lieblingsprojekte war die Universität Uppsala, die sie großzügig mit Gebäuden und Büchern, wie den Kodex Gigas und De Lotibus St. Kruzis ausstattete, darunter die Beutekunst von Hans Christoph von Königsmark aus dem Dreißigjährigen Krieg. Sie unterstützte Gelehrte, die sich mit Religion, Kirchenvätern oder alten Sprachen beschäftigten. Zum Beispiel verkehrten Johannes Freinsheim, Cornelius Tollius, Nikolais Heinzius der Ältere, Claude Saumese, Pierre Daniel Huey, Gabriel Naude und Samuel Buchat zu ihrer Zeit an Schwedenshof. Christina war dem Theater sehr zugetan. Der Einfluss ausländischer Künstler auf die schwedische Theaterkultur erlangte in ihrer Regierungszeit einige Bedeutung. Eine französische Ballettgruppe unter der Leitung von Antoine de Beaujolais wurde ab 1638 für Christinas Hof engagiert. 1647 kam der Geigenspieler Pierre Verdier nach Stockholm. Im Jahre 1652 wurde Winken zu Albrici mit einer italienischen Operngruppe und 1653 Arianna Nutzemann mit einer niederländischen Theatergruppe zu Vorführungen im Bolhuset eingeladen. Die französische Sängerin Annette Chabasso de la Barre wurde von ihr zur Hofsängerin ernannt. Sie unterhielt weiterhin die königliche Hofkapelle, die seit König Gustav Vasa in unterschiedlichen Größen bestand. Der Dichter Georg Stirnhilm schrieb für sie das Schauspiel den Fang Nekub Iduela Laviang Kudedan, in dem sie selbst als Göttin Diana auftrat. Abdankung und Konversion zum Katholizismus Ihre Abdankung geht eine längere Vorgeschichte voraus. Schon 1650 kam es im Parlament zu Unruhen. Im Jahre 1651 erklärte die Königin, sie brauche Ruhe und das Land einen starken Führer. Bereits 1651 kurz nach ihrer offiziellen Krönung am 20. Oktober 1650 hatte Christina die diesbezügliche Absicht verlauten lassen, war aber von Ochsenstierner überredet worden, davon Abstand zu nehmen. Ein weiterer Grund dafür war, dass sie ihren Vetter heiraten sollte, aber jede Heirat prinzipiell ablehnte. Im Mai 1652 wurden Goswin Nickel und Fabio Chigi, der spätere Papst Alexander VII., darüber informiert, dass Christina zum Katholizismus konvertieren wolle. Seitdem hatten einige Jesuiten wie Gottfried Franken, der Christina in Mathematik unterrichtete, auf eine Konversion hingearbeitet. Christina akzeptierte mittlerweile ihre Regentschaft weiterhin fortsetzen zu sollen, unter der Bedingung, nie wieder nach einer Heirat gefragt zu werden. Innerhalb weniger Wochen verlor sie viel von ihrer Popularität als Arnold-Johann Messenius hingerichtet wurde, der sie schweren Fehlverhaltens beschuldigt und sie eine Jezebel genannt hatte. Statt zu regieren verbrachte sie die meiste Zeit mit ihren ausländischen Freunden im Festsaal und im Theater. Darin bestärkt wurde sie durch den Arzt Pierre Baudelot, den sie nach Stockholm eingeladen hatte und der ihr empfahl. Sie sollte weniger arbeiten und lesen und mehr ihrem Vergnügen leben. Ihre Mutter und Magnus Gabriel de la Gadi hatten nicht viel Vertrauen in Baudelot und versuchten entgegenzuwirken. De la Gadi wurde daraufhin kaltgestellt und ihre Mutter nach Schloss Gripsholm verbannt. Im Jahre 1653 gründete Christina den militärischen Amarantenorden, zu dessen erstem Ritter sie Antonio Pimentel de Prado ernannte. Alle Mitglieder mussten versprechen, nicht zu heiraten. Christina bekam jedoch in der Öffentlichkeit immer mehr Kritik für ihre verschwenderische Politik. Innerhalb von zehn Jahren hatte sie 17 Neugrafen, 46 Barone und 428 Mitglieder des niederen Adels ernannt. Und um diese mit ausreichenden Apparnagen zu versehen, hatte sie Krongut verkauft oder verpfändet. Im Februar 1654 informierte sie den Reichsrat und den schwedischen Ständereichstag zum zweiten Mal über ihre Absicht, die Regentschaft niederzulegen und abzudanken. Ochsenstirner antwortete ihr, dass sie ihre Entscheidung innerhalb von wenigen Monaten bereuen würde. Im Mai wurden ihre Vorschläge diskutiert. Sie hatte 200.000 Riksdaler gefordert. Stattdessen wurden ihr schwedische Reichslehnen angeboten. Finanziell wurde sie nun durch Einnahmen aus Nordköping, die Inseln Gotland, Öland und Ösel, Güter in schwedisch Mecklenburg und schwedisch Bommern gesichert. Ihre Schulden wurden von der Staatskasse übernommen. Auf dem Reichstag im Schloss Uppsala wurde am 16. Juni 1654 die Abdankungsurkunde verlesen und ihr Nachfolger bestimmt. Die Krone Schwedens überließ sie ihrem Cousin Karl Gustav von Zweibrücken-Kleeburg dem neuen König Karl X. Gustav. Kurz darauf flüchtete sie wegen des Nordischen Krieges unter dem Tannamen Graf von Donau über Münster und Utrecht nach Antwerpen. Christina hatte bereits wertvolle Bücher, Gemälde, Statuen und Wandteppiche aus ihrer Burg Thierry Conor verpackt und auf einigen Schiffen verschickt. In Antwerpen wurde sie von Hannibal Seestet besucht, Leopold Wilhelm von Österreich, der sie nach Brüssel einlud, und dem eifersüchtigen und beleidigten Louis II., de Bourbon, Prinz de Conde. Am 24. Dezember 1654 konvertierte sie vorerst aus politischen Gründen unter Geheimhaltung in Brüssel vor Zeugen und Freunden, darunter Antonio Pimentel und Raimondo Montecocoli. Nach neun Monaten reiste sie nach Innsbruck, wo sie am 3. November 1655 in der Innsbrucker Hofkirche den Übertritt zum Katholizismus öffentlich vollzog. Dabei wurde sie vom päpstlichen Gesandten Lukas Holste betreut. Das Ereignis wurde mit großem Aufwand gefeiert. Am Abend wurde zu ihren Ehren die Oper Agia von Antonio Cesti aufgeführt. Ihr Gastgeber Ferdinand Karl schien allerdings froh gewesen zu sein, als sie abreiste. Über die Gründe der Konversion ist viel diskutiert worden. So wird vermutet, dass ihr Übertritt als Protest gegen die strenge protestantische Erziehung zu sehen sei, oder dass sie von der kulturellen Blüte katholischer Länder im Barock fasziniert war oder sogar, dass sich die eigensinnige Ex-Königin als Katholikin in dem von ihr geliebten Italien mit seinem warmen Klima Freier würde bewegen können. Für die Kräfte der Gegenreformation Europas war der Übertritt ein Triumph. Schließlich war sie die Tochter von Gustav Adolf, dem protestantischen Helden im Dreißigjährigen Krieg. Rom ab Dezember 1655 nahm sie ihren Wohnsitz im Palazzo Farnese in Rom. Ihre Ankunft feierte Stefano Gradi mit einer lateinischen Begrüßungsrede. Nach ihrer Firmung durch Papst Alexander VII. nahm sie die Namen Maria Alexandra an. Ihre Korrespondenz unterschrieb sie jedoch mit dem Namen Christina Alexandra. Über die Krone Neapels verhandelte sie erfolglos mit den Spaniern, dann insgeheim mit Kardinal Mazarin. Doch er wollte die Krone nach dem Tod Christinas für Frankreich haben. Auf einer Frankreichreise Christinas 1656 wurden die Einzelheiten festgelegt. Der Plan wurde jedoch verraten und Christina ließ den vermutlichen Verräter aus ihrem Gefolge, den Oberstallmeister Marc Graf Giovanni Monelzi, in Schloss Fontainebleau am 10. November 1657 töten. Die Umstände der Tat, sie besaß ja keinerlei königliche Rechte mehr, empörten die Franzosen so sehr, dass sie als persona non grata das Land verlassen musste und auch in Rom von der Gesellschaft längere Zeit geächtet wurde. Im Juli 1659 zog sie nach Trastevere in den Palazzo Riario, auf der Oberseite des Janiculus. Carlo Ambroggio Lonati wurde dort ihr Konzertmeister. Lelio Collista Lautenist Loreto Vittori war einer ihrer Sänger. Nach Schweden reiste Christina noch zweimal. 1660 als nach dem Tod von Karl X. Gustav die Abdankung neu verhandelt wurde und 1667 als Mann ihr aber die Weiterreise und die künftige Einreise untersagte, da sie in Begleitung eines katholischen Priesters war. 1666 bis 1668 war sie in Hamburg, um sich mit Abraham Senior Teixeira und seinem Sohn um die Verwaltung ihrer schwedischen Güter zu kümmern. Auch ihre politischen Ambitionen hatte sie nicht zuletzt aus finanziellen Gründen noch nicht ganz aufgegeben. So spekulierte sie 1668 auf die Krone Polens. Sie widmete sich ganz der Kunst und eröffnete am 8. Januar 1671 das Theater Rotor di Nonna, das erste öffentliche Theater der Stadt, wo anders als damals üblich auch Frauen spielten oder sangen. Ganz Rom war begeistert von dieser Neuerung, aber schon 1676 wurde dieses Theater auf Anweisung des neuen Papstes Innozensxi geschlossen. Christina war eine Liebhaberin der Barockmusik und spielte wahrscheinlich selbst Geige. Sie gab bei Alessandro Stradela und Bernardo Paschini Kompositionen in Auftrag. Giacomo Carasimi und Alessandro Scalati wurden ihre Kapellmeister. Arcandolo Corelli widmete ihr sein Opus 1 und spielte 1685 in Rom anlässlich der Krönung Jakobs II. Mit den Formalitäten ihrer neuen Konfession nahm sie es allerdings nicht so genau. Sie sei keine Bädtschwester, sagte sie auf Vorhaltungen, dass sie selten zur Beichte gehe. Sie hatte gute Kontakte zu Miguel de Molinos, einem spanischen Mystiker, der keinen Wert auf die Sakramente legte und 1687 zu ewiger Kerkerhaft verurteilt wurde. Christina setzte sich für religiöse Toleranz ein, verurteilte die Verfolgung der Protestanten unter Ludwig XIV. Und nahm 1686 die Juden in Rom unter ihren persönlichen Schutz. Sie starb am 19. April 1689 in Rom und wurde in den Vatikanischen Grotten im Petersdom bestattet. Ihr lateinischer Titel auf dem Epitaph von Carlo Fontana lautet Christina Alexandra Degsu E.C.G.O.T.H.V.A.N.D.A.L.O.R.U.M. Regina Als Eben- und Nachlassverwalter setzte sie ihren Vertrauten, den Kardinal Dezio Azolino, ein, der aber bereits sieben Wochen nach ihr starb. Teile der kostbaren Bibliothek sowie ihre Briefe und Dokumente erwarb später der Papst. Der Großteil wurde zur Deckung ihrer Schulden über ganz Europa verstreut verkauft. Palas des Nordens Nach ihrem Tod wurde formell die von ihr angeregte Academia della Cadia gegründet. Christina wurde gerne als Palas oder Semiramis des Nordens bezeichnet. Es gab aber auch viele andere Geschichten und Gerüchte. Christina hatte wenig Weibliches in ihrem Auftreten. Sie hatte eine tiefe Stimme, ging meistens einfach und als Mann in Hosen und Stiefel gekleidet und ließ sich ihre Haare wie ein Mann schneiden. Sie hatte eine ausgeprägte Vorliebe für erotische Kunst, Literatur und Autoren wie Pietro Aretino. Als sie 22 Jahre alt war, kannte sie die Aas Amatoria und einige Epigramme von Marcus Valerius Marcellis auswendig. Verschiedlich wurde angenommen, sie sei lesbisch oder bisexuell veranlagt gewesen. Insbesondere ihre von 1644 bis 1662 andauernde Zuneigung zu ihrer Hofdame Ebba Sparre ist in zeitnahen Quellen dokumentiert, beispielsweise in ihrem Briefwechsel. Andererseits vermutete man auch eine Liebesbeziehung zu ihrem engen vertrauten Kardinal Dezio Azzolino, der sich deswegen sogar mehrfach vor dem Papst verantworten musste. In ihrer Jugend schwärmte sie für den Grafen Magnus Gabriel de la Gadi, der dies zur Förderung seiner diplomatischen Karriere ausnutzte und dann eine enge Freundin Christinas heiratete. Sie weigerte sich ihr ganzes Leben lang, zu heiraten allein die Vorstellung einer Abhängigkeit von einem Mann erregte in ihr eine heftige Abneigung. Rezeption Der Komponist Graf Friedrich Wilhelm von Redan widmete ihr seine einzige Oper Christina, Königin von Schweden. Am Mindreti-Törn in Stockholm wurde 1849 Jakob Pufforonis Oper Christina Regina die Swecia Uhr aufgeführt. August Strindberg schrieb über sie ein 1901 Dekasekundendrama Christina. Der Spiegel der Königin von Nina Blaisen ist ein Jugendroman über die Geschichte Christinas. Das Königin-Christinenhaus in Zeven wurde nach ihr benannt. Monumente Grab in den Grotten des Petersdoms Grabdenkmal im Petersdom Gedenktafel zur Konversion Christinas in der Innsbrucker Hofkirche Moderne Statue in Zeven Porträts Weitere bekannte Porträts sind unter anderem Ein Stich von Robert Natuij von 1654 Ein Gemälde des holländischen Van Dyck-Schülers David Beck aus dem Jahr 1650 im finnischen Nationalmuseum Beck folgte Christina bis Brassel und scheint von Christina für diplomatische Missionen eingesetzt, jedoch in den Haag vergiftet worden zu sein. Stich von Wengslaus Holla Eine abgebildete seltene Goldmünze, welche im März 2011 für die Rekordsumme von 260.000 Euro versteigert wurde. Werke Christina ließ ihre Briefe an die Karte veröffentlichen und posthum ihre Maximen. Deutsche Ausgaben sind Historische Merkwürdigkeiten der Königin Christina von Schweden Herausgeber Johann Appenholz Amsterdam und Leipzig 4 Bände 1751 zu 1760 Memoieren Aphorismen München Winkler 1967 Gedanken über Religion und Leben Düsseldorf Schwan 1930 Gesammelte Werke Minus Autobiografie Aphorismen Historische Schriften Hamburg Autoren Verlag Mega 1995 Briefwechsel unter anderem mit Dekat Lettre Choices des Christine Reine D. Süde 1760 und Lettre Secrets Genf 1761 vagal 48 48 48 48 49